Sie sind auf der Suche für Ihre mobile Maschine nach dem kleinsten, absoluten Safety-Multiturn-Drehgeber der Welt? Dann habe ich hier die Lösung für Ihr Problem. Herzlich willkommen bei SIKO. Ich bin Matthias Roth, Leiter des Geschäftsbereichs Mobile Automation. Und heute möchte ich Ihnen unseren neuen, absoluten Safety-Multiturn-Drehgeber für mobile Maschinen, den WV3600MR mit Vollwelle und den WH3600MR mit Hohlwelle vorstellen. Automatisierte Funktionen in mobilen Maschinen sind aus dem Markt nicht mehr wegzudenken. Sie machen die Maschinen nicht nur produktiver und entlasten den Fahrer, sondern steigern vor allen Dingen die Sicherheit. Um automatisierte oder autonome Funktionen implementieren zu können, sind auch immer sichere Sensoren notwendig. Dies ist eine besondere Herausforderung in Anwendungen, bei denen sehr wenig Bauraum zur Verfügung steht. Mit den neuen, absoluten Safety-Multiturn-Drehgebern WV3600MR und WH3600MR stellen wir dabei die kompaktesten Lösungen für Nutzfahrzeuge vor. Denn mit der sehr kleinen Bauform und dem Durchmesser von lediglich 36 mm sind diese beiden Drehgebern die kompaktesten in diesem Markt. Die beiden SEAL 2 und PLD zertifizierten magnetischen Drehgeber liefern hierbei sichere Position und sichere Geschwindigkeit. Und dank dem mechatronischen Multiturn-System können diese beiden Drehgeber über einen maximalen Messbereich von bis zu 65.536 Umdrehungen und somit 16 Bit. Und selbstverständlich verwenden wir hierbei keine Batterien. Das bedeutet, dass die Drehgeber auch über Jahre wartungsfrei arbeiten und dies auch unter den tiefsten Temperaturen. Beide Drehgeber basieren auf unserer einzigartigen Pure Mobile Sensor Plattform und sind somit zu 100% für den Einsatz in Nutzfahrzeugen entwickelt. Dies garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Denn hohe Schock- und Vibrationsfestigkeiten, die E1-Zertifizierung durch das Kraftfahrtbundesamt, Wellenbelastung von bis zu 200 Newton und die Schutzarten IP67 sowie optional IP6K 9K sind nur einige der robusten Features dieser beiden Drehgeber. Als Schnittstellen stehen neben der CanOpen Safety Schnittstelle auch die SAE J1939 Safety Schnittstelle zur Verfügung. Die beiden Drehgeber sind wahlweise mit einem M12-Stecker oder Kabelabgang verfügbar. Alternativ stehen auch Deutsch und AMP Super Seal Stecker zur Verfügung. Der elektrische Anschluss kann hierbei wahlweise radial oder axial zum Geber ausgewählt werden. Über die Links in der Videobeschreibung finden Sie weitere Informationen zu unseren neuen absoluten Safety Multiturn Drehgebern für mobile Maschinen. Es würde mich sehr freuen, wenn die Produkte für Sie und Ihre Anwendung interessant wären. Kontaktieren Sie mich gerne, falls Sie ein Testgerät wünschen oder weitere Fragen haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen!